Seid gegrüßt ihr Leute aus dem Mittelalter. Heute möchte ich mich an euch wenden, um euch meine neue Erfindung darzustellen. Es handelt sich um ein historisch organisiertes intelligentes Wissenszentrum. Das neueste vom Neuen. Es handelt sich um das Buch. Das Buch hier mit dem Titel Ritter-Gaukler-Beutelschneider ist ein revolutionärer technischer Durchbruch. Dieses Buch ist kabellos, benötigt keine Elektronik, keine Batterie, keine Verbindung. Das kompakte und tragbare Buch kann man überall mit hinnehmen und auch überall benutzen. Das Buch stürzt niemals ab. Sie vielleicht, das Buch aber nicht. Öffnen Sie es und nutzen Sie seine vielseitigen Vorteile. So funktioniert das Buch. Das Buch besteht aus fortlaufend nummerierten Seiten und auf jeder Seite befinden sich eine Unmenge an Informationen. Das Buch lässt sich so ganz einfach betrachten und die Information auf den Seiten dringt so direkt in das Gehirn des Betrachters. Eine simple Bewegung mit der Hand bringt Sie so sofort zur nächsten Seite. Die Seiten sind an einem Ende miteinander verbunden und in einem schützenden Umschlag untergebracht. Dank dem Einsatz modernster Technologie konnte Vorder- und Rückseite bedruckt werden. Das verdoppelt die Dichte der Information und trägt zur Halbierung der Kosten bei. Dieses Buch verfügt auch über ein Inhaltsverzeichnis. Was hilft, den exakten Speicherort einer Information schnell zu finden und verwenden zu können? Als optionales Zubehör für dieses Buch gibt es auch ein sogenanntes Lesezeichen, was dem Betrachter ermöglicht, das Buch exakt an der gleichen Seite zu öffnen und weiter zu benutzen, auch nachdem es geschlossen wurde. Das Buch ist ein umweltfreundliches Produkt, besteht aus zu 100% recycelfähigem Material, tragbar, beständig und bezahlbar. Dieses Buch, Ritter Gaukler Beutelschneider, ist der Vorreiter einer neuen Ära. Willkommen also in einem Zeitalter, das ihre Sicht der Dinge verändern wird? Willkommen im Erlebnisbuch und willkommen bei Ritter Gaukler Beutelschneider, denn da lacht das Mittelalter!